Die schönsten Küchen der Stadt, die gibt es nur im Küchenzentrum Dresden. Hallo Freunde, ich begrüße euch. Ich möchte euch einladen am 25.10. im Küchenzentrum Dresden, dass wir uns dort wiederfinden und wieder treffen zur Geburtstags- und Eröffnungsfeier mit Radio Dresden und der Morgenpost. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Von 10 bis 18 Uhr, ich werde gehandiert auch dabei sein und ein paar Lädchen zum Besten geben. Ich hoffe, wir sehen uns. Also am 25.10. Küchenzentrum Dresden, Fritz-Reuter-Straße 34.